Ich bringe uns erstmal ganz kurz zur Alles-Neu-Abtei, weil ich möchte diesen Beruf wechseln. Sandy möchte gerne Bogenschützin sein, dann wird sie jetzt Bogenschützin. Ich hätte sie als Dolchtante gelassen, aber sie möchte halt Bogenschützin sein. Wer bin ich, ihr das zu verbieten? Hallo. So. Sandy. Sandy möchte jetzt Waldläuferin sein. Wilde Krieger, welche die Macht von Mutter Natur herbeibeschwören können. Und auch mit Bumerang, Bögen und Echsen kämpfen. Mit Echsen ist schön, mit Bumerang ist aber auch cool. Ich mag immer Bumerang, weiß ich nicht. Das war meine erste Waffe bei Dragon Quest VIII und ich habe eine besondere Beziehung zu Bumerang. Weiß nicht. Weiß nicht, ist es so. So. Jetzt müssen wir erstmal sehen, mit was wir Sandy überhaupt ausrüsten können. Eine Waffe dürften wir ja rein theoretisch für sie noch nicht haben, weil wir noch keinen Bogen haben. Das geht eh nicht, das hätte man sich denken können. Ja, cool, Kopftuch, gut. Das übliche. Geschick. Genau, Jeanshose kriegst du an. Oh, ich schmecke sie. Ausweich, Ausweich, Ausweich. Und ein Flinkheitsring. Nur noch eine Waffe fehlt hier und die Waffe müssen wir uns erstmal kaufen. Und die Waffe kaufen konnten wir in Lapschaos, glaube ich, ne? Da konnten wir, glaube ich, Bögen kaufen. Weil Altpapier und sowas, glaube ich, war, war, glaube ich, kein Bogen. Ein Altpapier. Deswegen gehen wir mal ganz kurz nochmal in unsere Lieblingsstadt. Hm, toll. Da kaufen wir jetzt einen ganz normalen Bogen. Und dann ziehen wir weiter. Wow. 38 Ah, ein Bomberrank. Eine Waffe, die sämtliche Gegner mit einem Wurf treffen kann. Aber sie will Pfeil und Bogen. Mein Bomberrank halt auch immer. Ich mag Bomberrank, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mag ich. War nie wirklich die stärkste Waffe gewesen, aber trotzdem war cool gewesen. So, jetzt geht's für uns wieder nach Welkheim. Und dann von da aus Richtung Norden, Süden, Neubühlheim. So, wie war das? Entschuldigung. Im Süden. Dann kam ich denn die ganze Zeit im Norden. Der ist jetzt an mir vorbeigegangen. Wir machen die Gurke fertig. Süß. Süß. Keks. Alter, Finne. Das Handy ist fast tot. Das Handy ist fast tot. Die musst du auch genau das Handy angreifen, ne? Wirklich, diese blöde Gurke. In der Theorie hier müssen wir erstmal einen Metallschleim besiegen, damit sie wenigstens ein bisschen Level abkommt. In der Theorie hier. Aber wir gehen jetzt erstmal den neuen Ort aufsuchen. Hier, die können wir auch noch angreifen. Wir gehen jetzt erstmal auch den neuen Ort aufsuchen. Was habe ich eigentlich davon, wenn ich jetzt... Oh, cool. Königliche Erde geklaut. Nice. Danke. Schön. Königliche Erde geklaut ist nice. Klaust du nochmal bitte ein bisschen? Das ist eigentlich cool. Naja, ist wieder tot. Aber königliche Erde ist schön. Ist genau das, was wir brauchen. Ja, Stufe 15. Talentpunkte. Mehr kritischen Schaden. Waldarbeiter. Auf Stufe 3. Das ist ja schon mal was. So, mal sehen. Sicheres Gleit. Äh, was auch immer. Ich denke mal, wir werden nicht immer von Monstern angegriffen. Ah ja, Talentpunkte gibt es ja noch gar nicht. Entschuldigung. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir bei dem Eisenerz klauen können. Weiß ich nicht, weil er aus Metall ist. Weiß ich nicht. Sehr gut. Schade. Stufe 4. Entgiften. Naja, gut. Warum nicht? Ist auch noch wichtig. Das einzig Doof ist, als Dieb konnte sie noch heilen. Ich weiß nicht, ob sie das so auch noch kann. Das wäre eigentlich recht schön, wenn sie noch heilen könnte. Okay, ist dieser Shit. Nördöstlich von hier liegt Neubültau. Jenseits der Brücke im Südwesten liegt der berühmte Blumenstadt Blümingen. Warte mal, wo ist der jetzt hin? Der ist nach Neubültau gegangen. Deswegen bin ich die ganze Zeit im Norden. Also müssen wir vielleicht doch durch die Höhle. Jetzt suchen wir erstmal die Stadt. Oh, ja. Okay, der hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Haben wir das hier mehr? Ich gehe trotzdem jetzt in diese Stadt da. Allein schon einfach nur wegen neuer Stadt und so. Hier gibt es was zu essen. Wegwurzeln. Naja, ist nicht gerade was zu essen. Man weiß ja nie, wann man Wegwurzeln braucht. Ich dachte, da hätte noch was blau geglitzert. Keine, komm her, du Plüschi. Schade. Hälfte. Talentpunkte. So. Überkreuzwurf, Energiewurf, Schleimschlachter, Sternhagelwurf, Feuerwurf, Metallwurf. Ach, Metallwurf, ja. Axt, kennen wir. Bögen, Magie, Magnet, Flatterpfeil, Nadelschuss, Geschosshagel, Heiligerpfeil. Und Robustheit, Beschwichtigen, natürliches Geschick, Gnade, Verschwinden, Konfusnebel, Wolfsmeute. Äh, 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 äh. Wir gehen natürlich hier drauf, ne? Also es ist erstmal Bogen. Magiemagnet. Keine Ahnung, was Magiemagnet macht. Wir kriegen alle Magiesachen angegriffen, oder was? Oder wie, oder wer? Hört ja hier bestimmt irgendwo stehen. Ein Pfeil, der einen Fein anfällig für Magie macht. Achso. Na denn. Tschüss. Die zwei sind ein bisschen echt übel, die zwei Schaden. Das ist wirklich sehr bitter. Zwei Schaden tut wirklich weh. Nein, lass mich. Was, der lebt noch? Sauhund. Aua. Wir müssen gucken, dass Handy nicht stirbt, deswegen. Bam. In your Tiger-Gesicht. Peng. Zwei Schaden. Drei. Ist so bitter. Ich will hier hinten gucken, ob wir Eisenerz finden. Platinerz. Nein, ich brauche Eisenerz. Was soll ich mit Platinerz? Gut, ich weiß, was ich mit Platinerz soll, aber... Trotzdem. Völlig verzaubert, das ist gut. Lange das Handy nicht angreift, ist alles gut. Das Handy ist viel zu low dafür, dass sie hier rumwuselt. Geht. Bebs. Okay. Und? Könnt ihr jetzt bitte mal sterben, danke Das ist schon frech Jetzt aber Sandy Hintertür, schön Keine Talentpunkte, schön Okay, hier gibt's nur Platinerz So, dann ab in die Stadt, würde ich sagen, wa? Ich würde uns jetzt wirklich mal ganz kurz in die Stadt schmeißen Weil wir sind auch sehr angeschlagen Und uns geht's auch gar nicht so gut Und wir sind sehr angeschlagen Und dann werden wir von der Stadt Erstmal wieder in die andere Stadt gehen Weil wir scheinbar zur anderen Stadt sollen und nicht in diese Stadt Komm her, einen verprügeln wir noch Einen müssen wir noch verprügeln Oh, ist das bitter Magische Tierhaut, danke So, ab in die Stadt Hier können wir auch neu einkaufen Werden wir auch nochmal schnell machen Aber jetzt haben wir den auch als Teleportationsort Und das ist sehr wichtig Aber noch viel wichtiger ist der Waffenladen Den wir irgendwie versuchen zu finden Der Ach nee, es ist gar kein Waffenladen müsste Hier hinten Gott Ja, bitte gib mir Waffen Brandklinge Platinschwert Heilige Lanze Kampfgabel Eine Kampfgabel könnte ich hier eigentlich mal gönnen, ne? 3900 Sehr teuer, aber Das ist eine Kampfgabel Die bringt schon ordentlich was dazu Krähenkrallen Ja Was? Wir haben keinen Pfeil und Bogen hier, ne? Soll ich das mal aufgefallen? 4000, okay Das ist jetzt so krass Jetzt kriege ich auch Jetzt kriege ich das Warum bleibt es so teuer? Das Eisenbreitschwert werde ich auch nie wieder mehr tragen Können wir nie wieder mehr auf den anderen zurück wechseln Den Langsperr haben wir Ne, haben wir gerade nicht gehabt, ne? Wir hätten die Stahllanze gehabt Stab der Strafe würde ich auch Weil wir ja keinen Stab mehr tragen Giftmottenmesser, die Stahllanze Würde ich vielleicht nochmal verbessern Ich weiß es nicht Wobei die Kampfgabel ja auch schon jetzt sehr gut ist Deswegen werde ich die Stahllanze jetzt auch verkaufen So Echt, ich wollte noch kaufen Ich wollte noch kaufen So, ich hätte gerne die Krähenklauen-Dinger Die machen nämlich nochmal 20 mehr Schaden Und haben 10 Flinkheit Was auch sehr gut ist Gibt es hier noch einen Rüstungsladen? Irgendwie 2 oder was? Hi Nur schicke Sachen hier Prächtige Hose Und schicke es hier und schicke es da Ich will nochmal in den anderen Rüstungsladen gucken Weil irgendwie gibt es hier 2 Wobei ich auch nicht weiß, wo der 2. hier sein soll Irgendwie auf dem Grab In dem Laden Hier Meine Güte Ich kriege nur was geschenkt Hier macht er noch einen Rüstungsladen-Ding Oh, Platin-Gegenstände Platin-Schwert Platin-Platte Platin-Schild Platin-Kopfschuss Platin-Panzer Schuhe Willkommen in den Rüstungsladen Es ist wirklich ein Rüstungsladen Verwirrst mich damit Cowboy-Stiefel Was ist das? Warum kann ich... Keiner Da geht Aber ansonsten kann ich hier nichts Warum kann ich keine Schuhe tragen? Irgendwie nutzlos dieser Laden Danke, tschüss Ich gehe zum anderen Rüstungsladen Da kriegen wir wirklich das richtige Rüstungsladen-Dingstars Hallo Entschuldigung Ich wollte nur nochmal bei dem anderen Laden gucken Aber ich habe mich für dich entschieden Ich habe mich dafür entschieden Neko mal ein bisschen Verteidigung zu geben Ich gehe zum anderen Meine Religion richten Dä legger Ich gehe zum anderen Und dann Schme噴 Komaze Ich gehe zum anderen